Ja hallo, herzlich willkommen. Heute ein kleines Werbevideo zu unserem vierten Diplomlehrgang Online Marketing Manager 2017, Start 22. September an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Ihr werdet euch sicher fragen, warum hat er jetzt diesen Hut auf? Dieser Hut ist ein Safari-Hut. Und wie ihr hinter mir lesen könnt, handelt es sich heute, was ich euch vorstellen möchte, um eine Online Marketing Safari. Was bedeutet das? Die Online Marketing von Safari ist eine Win-Win-Weiterbildungsaktion für Studenten und Studentinnen der Hochschule für Angewandtes Management und den Studenten und Studentinnen aus unserer Privatuniversität Schloss Seeburg. Gemeinsam mit Unternehmen, die auf der Suche nach guten Online-Marketern sind. Ja, was soll ich euch sagen? Die Situation draußen im Markt ist eigentlich paradox. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen benötigen schnellstens qualifizierte Kräfte im Bereich Internet, Online-Kommunikation und Online-Marketing. Auf der anderen Seite gibt es viele interessierte junge Menschen, so wie hier an unseren Universitäten, die im Online-Marketing in Zukunft Fuß fassen möchten, die da schon arbeiten, auch teilweise in dem Geb-Bereich. Ihr wisst ja, unsere Studenten machen das Ganze hier immer berufsbegleitend, denen aber meistens das Geld für eine gezielte Weiterbildung, wie zum Beispiel unseren Diplom-Lehrgang Online-Marketing-Manager fehlt. Die Folge, es bleibt wie es ist, wichtige Online-Marketing-Positionen im Unternehmen sind nach wie vor nicht professionell besetzt, die Wettbewerbsfähigkeit leidet und viele talentierte Studenten und Studentinnen bekommen nach wie vor keine Chance, ihr Können zu zeigen. Und da kam mir die Idee dieser Online-Marketing-Safari. Der Vorteil ist gleich erklärt. Lasst mich mal beginnen mit dem Vorteil für das Sponsorunternehmen. Also jedes Unternehmen, das einen Studenten oder eine Studentin, gerne mehrere, sponsert, bekommt also Kontakt zu Young Potentials, die im Online-Marketing ihre Zukunft sehen. Der Sponsor gibt schon zu Beginn unserer sechsmonatigen Ausbildung an der Privatuniversität Schloss Seeburg seinem Junior-Onliner eine entsprechende Aufgabenstellung mit auf die Safari. Mit dieser Aufgabenstellung tritt er nun in unseren Kurs ein und während des kompletten Kurses bearbeitet und beschäftigt sich dann der Student oder die Studentin mit diesem Thema, mit dieser Aufgabenstellung für die Firma. Und das dient dann gleichzeitig als Abschlussarbeit. Ihr wisst ja, wir haben hier in diesem Kurs 30 ECTS-Punkte. Wir müssen fünf Prüfungsleistungen erbringen, drei Klasuren, zwei Studienarbeiten. Und so kann man eben sehr, sehr schön die beiden Studienarbeiten für das Sponsorunternehmen machen. Und wenn ihr euch mal anschaut, der Preis für 2.950 Euro für ein Unternehmen, das man auch noch absetzen kann. Und man bekommt dann einen interessierten Studenten, der vielleicht in dem Bereich schon arbeitet, der vielleicht jetzt das auf die Aufgabenstellung mit in den Kurs nimmt. Das kann jetzt sein der Check einer Webseite, das kann der Aufbau einer Webseite sein, das kann der Relaunch einer Webseite sein, das kann das Content Management sein, das kann das Texten sein, das können die Bereiche aus dem Social Media sein, eine Facebook-Seite aufbauen, eine Facebook-Seite betreuen, Redaktionspläne erstellen, Instagram, Snapchat, all diese Dinge. Und ihr seht, das ist eigentlich ein guter Deal und es wäre ein sehr, sehr, sehr guter Deal für das Unternehmen. Für euch Studenten, die jetzt dieses Video sehen, eure Chance ist es, im Online-Dschungel Fuß zu fassen, also holt euch diese Top-Weiterbildung. Ihr wisst, wir haben ja Top-Dozenten in diesem Zertifikatslehrgang. Ich lese ein paar vor oder erzähle euch ein paar. Karl Kratz ist natürlich einer unserer Taktgeber hier, der natürlich immer hier einen ganz, ganz tollen Input bringt. Markus Tandler, Philipp Roth, Thomas Sommeregger für all das, was mit Google und Google AdWords und Display zu tun hat. Christian ist so im Bereich des Textens und ich als Studienleiter, der das Ganze zusammenhält und das Online-Marketing aus strategischer Sicht für euch aufbereitet. Und natürlich auch das Marketing und die Kommunikation und Werbepsychologie hier mit einbaut. Insgesamt, der Kurs hat elf Präsenzen, zehn Präsenzen Inhalt, eine Präsenz für euch für die Prüfungsleistung, 30 ECTS. Ihr Studenten wisst, was das bedeutet. Die Kurse, die Präsenzen sind immer an der Privatuniversität Schloss Seeburg, immer Freitag und Samstag. Und ihr kriegt hier eine echte Druckbetankung zum Thema Online-Marketing und könnt euch dann auf die Reise begeben. Und wenn ihr Glück habt, übernimmt euch dann das Unternehmen. Es liegt aber an euch, an euch liegt es, jetzt nicht bei mir hier anzurufen und zu sagen, ja, wo ist jetzt jemand, wo ist ein Unternehmen, das mich jetzt sponsert. Also deine Aufgabe wird es sein, ein bisschen Gas zu geben, dir einen Sponsor zu catchen. Wir haben hier Präsentationsmaterialien, Flyer vorbereitet. Wir haben die Webseite, die ich euch unten einblenden werde. Da steht alles nochmal zusammengefasst, geht aggressiv und aktiv auf die Unternehmen zu, sagt, sie bekommen ein Top-Konzept für nur 2.950 Euro und eben die Chance, einen guten Online-Marketing-Manager oder einen Online-Marketing-Manager in Zukunft in das Unternehmen hineinzubekommen. Also lasst mich wiederholen. Erstens, es liegen hier Flyer aus mit den Vorteilen für das Unternehmen. Nehmt die mit. Habt ihr die Flyer nicht, geht einfach auf die unten angegebene Webseite. Auch hier stehen alle Vorteile für das Unternehmen zusammengefasst. Sprecht Unternehmen an. Sprecht Unternehmen an, in denen ihr vielleicht schon arbeitet, in denen ihr als Werkstudent arbeitet oder als Praktikant und versucht hier einfach rauszukommen. Schritt 2, also Unternehmen finden und sich eben mit dem Unternehmen bewerben. Schritt 3 vom ausgewählten Unternehmen, dann zum Kurs anmelden lassen. Und dann der letzte Schritt, der vierte Schritt, klärt ein Projekt, eine Aufgabenstellung mit dem Unternehmen aus dem Bereich Online-Marketing und Online-Kommunikation ab und bringt es dann mit zu uns in den Kurs. Die Daten, die Kontaktdaten sind unten alle eingegeben. Wir starten am 22. September 2017 an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Siekirchen am Wallersee, gleich um die Ecke von Salzburg. Und alle Informationen, wie gesagt, unten in den Links. Wer sonst noch Fragen hat, wenn es Unternehmen jetzt diesen Film sehen und sie noch Fragen dazu haben oder ihr noch Fragen habt, dann ruft mich einfach an. Meine Telefonnummer blende ich unten auch ein. Wer die auch nicht weiß oder sieht, das ist die 0171 358 2159. Und wer aus Österreich anruft, 0049 vorwählen. Ist auch klar. Also, es würde mich freuen, wenn die Online-Marketing-Safari zum Laufen kommt, zum Fliegen beginnt. Wenn wir gemeinsam durch den Dschungel marschieren. Und ja, solltet ihr kein Interesse daran haben, dann wäre es sehr nett, wenn ihr dieses kleine Video verteilt an jemanden, der vielleicht Interesse hat. Sei es ein Unternehmen oder sei es eben ein Student oder eine Studentin, die sich weiterbilden wollte oder möchte. Ja, damit ist es jetzt gleich zu Ende. Das war das Video. Vielen Dank für das Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Euer Peter.